Ja, Old Gas Station, New Gas Station und das andere, das hast du schon gemacht, bei Crossroads hinten. So, ich geh beim Durchbruch. Der Schick sind so, oder? Ja, wo bist du? Ich bin beim Durchbruch. Am Militärschick meinten sind ich selbst. Was da? Ich bin beim Durchbruch. Ja, hab ich... Ja. Go, go, go. Er schießt immer noch. Reload. Ja. Ich bin in den Reload. Geh du von links rum, er schießt auf mich. Akku-Branate. Komm. Hab ihn. Ich hab ihn. Ja, andere von uns hatten. Mach langsam, mach langsam. Erstmal hochheilen, checken. Ich geh kurz teilen, ja. Guck am Durchbruch. Oh, der Einzelschuss drin, Alter. Ich birne. Das ist doch gut. Ja, ja. Ich muss halt auf den Kopf ziehen. Ich muss noch heilen. Ich bin auch jetzt fertig mit heilen. Du kannst übrigens während dem Heilen auch gleichzeitig dann am Magazin nachladen. Also immer die Heal-Animation und dann... Ja. Jetzt hier noch ein Busch. Okay, ich bin ready to go. Guck hier noch... Ja, ich auch. Okay, dann... Bein schützt man es ja. Der andere ist schon tot gewesen, oder? Ja, warte, warte. Ich nehme die Pose jetzt von deiner Seite. Ich komme zu dir rüber. Du gehst looten. Den ersten vorne, aber nicht hinrennen. Leise, normal. Und ich gehe hier drüben in die Büsche und gebe dir von hinten Deckung. Ich nehme erst mal den offenen, ja. Ja. Ich habe dich auf jeden Fall. Oh, du hast ihn gekillt. Ja gut, dann lass das doch weg. Du kannst ruhig das Zeug haben. Nimm dir erst mal alles. Und wenn wir dann irgendwie nachher was haben, was cool ist, dann nimmst du dir jetzt ein. Ich nehme mir einen und dann ist okay. Wer ist das? Geh weg, geh weg. Turut? Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Ist das Sniper oben? Ne, ne, ist kein Sniper. Geh rechts an dem Durchbruch. An dem Durchbruch bleiben. Ja, da bin ich jetzt. Nicht sterben. Bleib an dem Durchbruch stehen. Guck hier. Wenn du was über die Straße? Wenn du es über siehst, geh Vollgas. Ich gucke unten. Wenn du siehst, du könnt am Checkpoint sein. Roger. Bleib hier defensiv, ne? Hinten. Ich seh nix. Ja, ich wäre da nirgendwo hin gerannt. Alles cool bleiben. Bleib einfach nur an dem Durchbruch. Wo ist was? Am Durchbruch, ja. Am Durchbruch? Komm. Er ist am Durchbruch an der Ecke zu einem Checkpoint. Roger. An dem... Ich renne hinter dir rechts rüber. Auf die andere Seite. Seh ihn nicht. Er ist direkt da, wo ich ihn schieße, auf die Ecke. Ich seh das leider nicht. Moment, ich brauch eine andere Sicht. Nicht sterben. Wechsel deine Position jetzt. Wechsel deine Position. Ich seh uns verrecken nicht. Ich hab keine Ahnung, wo er ist. Ich bin jetzt rechts. Ich bin rechts von dir. Ich weiß nicht, wo er ist. Du kannst ihn pushen, aber ich hab keinen Stamm in der Warte. Warte, warte. Noch nicht rauslaufen? Ah, der ist am Durchbruch. Durchbruch hinten. Bist du vorne? Vorne? Okay, du bist vorne. Also ich bin nicht am Durchbruch am großen Durchbruch jetzt hier. Ja, ja, ich seh dich. Links, 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 ich seh dich. Roger bist am Durchbruch links, an dem linken. Ich seh halt nix hier. Ich seh ihn halt absolut nicht. Ich seh ihn auch nicht mehr. Der ist irgendwo am Durchbruch, da heißt es auch nur aufblitzen sind. Komm mal an den Typen jetzt hier ran, zum Looten. Ich gucke auf den Durchbruch. Ich hab keine Stamm in der Hand, ich kann nix machen. Willst du die Ader haben, oder soll ich... Nehm einfach alles erstmal mit. Wir machen das nachher. Das ist scheiße gar wegen Looten. Wir lassen mal den Typen killen. Und dann können wir danach gucken. Ich glaub, der steppt wieder am Tor. Also, am Richtung Checkpoint hat er, glaub ich, gesteppt. Ja, ich seh nix. Ich bin hinten am Checkpoint, an der Leichendorch. Also, ich guck gerade hier schon, bin fertig. Ja, ich guck hier nur am großen Durchbruch. Dann nimm du den Typen, ich geb dir Deckung. Über den Durchbruch. Weißt du? Ich bin am Durchbruch. Ist das du da, der rennt? Ja, ja. Ich geb dir Deckung los, nur den anderen Typen fertig. Der Erste, der jetzt hier vorne kommt. Zack. Ich guck dir, wo der Bombe sitzt. Der andere war komplett leer, Fragezeichen. Nur Rucksack, kannst du gut nochmal durch. Ne, will ich nicht, weil der andere Typ hat genau auf dich geschossen, auf die Leiche. Lass, lass jetzt hier durchschieben zusammen, aber bleib hinter mir, nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen. Ich will dich nochmal hier ankratzen. Ja, da ist nix mehr drin, hör doch auf mit dem Scheiß, mit dem Looten. Ist doch scheißegal, Mann. Das wird zweckig doch nix wert. Nur Schrott drin. Sagst du, das ist nicht immer... Doch, ist aber so. Ich laufe jetzt rum und laufe aber nicht direkt durch, sondern laufe links rüber. Okay. Nicht rennen. So, ja, Entschuldigung. Ja, nee, ist okay, ist nicht so ein Bug-Off, sondern einfach nicht rennen. Ja, oh, war beschossen. Ich bin down. Ja, dumm von mir. Ich bin down. Und, ich bin gerade vermutlich vom Berg, von dem Berg, wo wir vorhin die zwei Typen abgeknallt haben. Jo, siehst du? Ja, das war... Hast recht, ja? Ja, du von mir. Ja. Ja. Kann man nix machen? Und ich weiß halt noch nicht mal, woher die Schüsse kamen, ne? Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also ich habe jetzt schon mal sechs Leute gekillt insgesamt. Warte, 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 da ist noch einer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, Wahnsinn. Mach keine Raschelgeräusche, Mann. Der eine Typ hat eine Suck an und einen alten Helmet, Mann. Deine Suck. Der Suck, die T6-T6-AMO. Und... Vielen Dank.